Vertrauen war noch nie so wichtig wie heute. Eine der schnellsten Möglichkeiten, wie Unternehmen das in Sie gesetzte Vertrauen verlieren können, ist, Kundendaten nicht zu schützen. Bei Security-Verstößen kann das Vertrauen sehr schnell verloren gehen. Trotz der globalen Herausforderungen in 2020 gab es einige positive Entwicklungen in der Cybersicherheit. Im 2020 Trust Report erfahren Sie mehr über die Cynac, Crowdsourcing-Plattform für Sicherheitstests, die führende internationale Unternehmen und Regierungsbehörden mit über 2 Billionen US-Dollar Umsatz schützt.